. 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 Aber du meinst, ob ins Glaubensbekenntnis? Nein, Mann, nicht so verbindlich. Das Keibe Christentum ist doch... Da kann man kommen, wer will, das Christentum ist doch chronisch verkrustet, ist doch das. Kommt man nicht mit Kirchen, Choral, Kreuz wegen Kreuzzeichen, Kerzen, Cherubimen, Knäueln auf Kirchenbänken, Krampfhafter Kummersucherei. Komm, mit Kirchen kannst man nicht kommen. Kanzler, Kapläne, Kyrie, Kapuziner, Kapelle, Kathedrale, Katholidings, Kommunion, Kalvinidings, Konfirmation, Kontrollen, Kasernierung, Katastrophenkollege. Kannst alles rauchen, Kannst ja in der Küche beten, Bitte sehr, oder im Wald, Ich und Gott allein, Privat, Face-to-Face, One-to-One-Energy. Und wenn ich denke, was die Kirchen alles, die Kirchen überall, die Kirchen immer wieder, die Kirchen schon mal, die Kirchen in der dritten Welt, die Kirchen in Rom, die Kirchen mit den Katzen, die Kirchen mit den Kinder, die Kirchen schon aus, wie die Kirchen in der Kirchen Geschichte. Kannst dir das vorstellen? Kannst dir das vor Augen haben? Das stellst dir nicht vor, das ist unglaublich, das glaub ich kenne, glaub mir. Dabei sage ich auch gar nichts gegen den Jesus Christus, cooler Typ, den zumal kann man nicht viel sagen. Das mit den Fischen und dem Brot, das er verteilt, oder der mit dem Rotwein an dieser Hochzeit dort, der einfach das Wasser geschwingt in Wein verwandelt. Oben raus, dann musst du zuerst springen. Nein, der Jesus selber, das war okay. Und dann wurde er respektlos behandelt von dem Stadthalter durch den Pontius Pilatus-Typ. Kannst du alles in der Bibel noch lesen? Am Anfang sei das Wort gewesen, steht ebenfalls in der Bibel. Aber das musst du auch noch verstehen, dass das Wort vor der Materie kommt. Gut, etwas, etwas Immaterielles mit der Biologie kannst du auch nicht alles erklären. Klar, etwas glauben, ich glaube schon. Mal, mal, glaube auch wer nicht. Etwas glaubt, ich glaube jeden. Glauben mehr, so einen höheren Glauben, vielleicht eher mal. Etwas Globales, glaube ich, ich glaube schon. Ja, es ist nicht einfacher geworden in den letzten 60 Jahren. Weder für die Gläubigen noch für die Kirchen. Und an was glaubt ihr, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer? Die Kirchen pluggeißen in den letzten 20 Jahren. Auch bei der Müllung der Die Kirchen was mit dem alles und eine das